Musik Johanna sitzt in meiner Gart und ich führe den Triangel drin durch. Dabei drücke ich den einen Arm auf ihren Bauch, auf der gleichen Seite bringe ich mein Bein an ihren Hals. Wichtig ist die Körperdrehung zur Seite, damit ich ihr ins Ohr schauen kann. Ich schließe hinten die Triangel einmal locker und öffne sie wieder. Andere Seite, ich schiebe den Arm hier durch, bringe mich auf die Seite und drücke mich mit dem Fuß ab und schließe einmal die Triangel. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.